Hallo, mein Name ist Patrick von ZELDI. Hier haben wir unseren Bestseller das Rallye Air Pro. Erhältlich in vier Größen, 2 Meter, 2,60 Meter, 3,30 Meter und 3,90 Meter mit einer durchgehenden Tiefe von 2,50 Meter. Auch hier haben wir wieder eine neue Dachform mit der Doppeldachneigung, steile Wände, große Stehhöhe. Alle Wandelemente können geöffnet werden, um diese entweder als Türbereich zu nutzen oder bei den Seitenwänden könnte man dann auch noch einen Anbau mit ankoppeln, um noch mal zusätzliche Staufläche zu bekommen oder wenn man diese als Schlaufraum nutzen möchte. In der neuen Version haben wir stärkere bzw. größere Luftschläuche für eine noch bessere Stabilität. In den Ecken oben rechts, oben links haben wir eine Hochentlüftung, so dass also eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Ansonsten haben wir auch in den seitlichen Türen auf beiden Seiten ein Gasenetz, um auch dort quer zu lüften oder wenn man diesen Bereich als Kochstelle nutzen möchte. Aber auch hier haben wir jetzt in einer Seitenwand ebenfalls noch mal ein Gasenetz von außen mit einer Klarsichtfolie zu verschließen. Erweiterbar mit einem Innenhimmel, passenden Teppich, Andruckstangen oder Saugnöpfe, um das an das Fahrzeug abzudichten, sind optional erhältlich. Hoffen wir, ich konnte Ihnen einiges zeigen und freuen uns auf Ihren Besuch auf zeldi.de.